Hallo und herzlich willkommen! Ich spiele hier gerade... Vor allem Hangouts Saga! Hab ich gerade angefangen? Ich hab so gespielt... Ich wollte eigentlich erst Einstellungen machen und dann erst starten, aber das hat von alleine gestartet. Deswegen... Ich bin ein Schöneres. Ich bin ein Schöneres. Okay. Okay. Kann ich sagen? Das gibt's doch. So, jetzt auch immer noch. Mensch. Ich möchte die Musik wegmachen. So. Vollbild gibt es hier nicht. Anscheinend nicht. Na gut. Ich denke mal, wie ich gerade gesehen habe, ist Farm Heroes Saga genau das gleiche wie Soda Saga. Ach, die anderen beiden Spiele, die ich da gespielt habe. Gut, dann werde ich mal weiter machen. Und dann gleich mal gucken. Was bedeutet die Plus Eins? Egal, egal. Aber erstmal hier so. Ach, da ist wieder Plus Eins. Ah, extra. Okay. Plus Eins. Alles. Verstanden. So. Ich möchte nicht teilen. Ich möchte spielen. Ich möchte nicht teilen. Hier, immer diese Abfragen nach den Teilen. So. Guck mal hier. Alles gut. Schweiß. Gut gemacht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich mache es sehr gut. So. Schrei. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht. Wir müssen den Ballen nicht noch geöst werden. Schreien richtig. Ah, da steht ja mal der Auftrag, was ich machen muss. Der Auftrag ist doch schon fertig oder nicht? Boah, was muss ich denn jetzt so machen? Also zu senden bringen? Ah ja. Okay, gut. Und weiter geht's. So, von jenen 15. Also ich brauche alles außer Erdbeeren und Sterne. Gut. Wird gemacht. Oh, 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 oh. Das ist der. Oh, oh. Ah, oh, oh. Oh, 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 oh. Heldemodus, Paleоне Modus. No Basically演 render silence from home mode. Um die... Okay. 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 Wow. Großartig. Richtig, großartig. Äh, er passt auch nicht. Ähm. Oh, hier. Das war keine Strecke. Da war so ein Bonus dabei. Dann nehmen wir den noch. Äpfel. Hier, Wasser. Sieben Punkte. Äpfel. Wasser. Und die Carwater. Äpfel. 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 Und die. 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 So Ah ok Okay gut jetzt brauche ich Äpfel, Erdbeeren, Sterne und die Wasserhahn. Mist, ich will die Erdbeeren. So geht's. Jo. Und das dritte werde ich jetzt nur noch Wassertropfen. Hey. Das ist ja cool. Hm. Dann haben wir die auch. Bitte. Haben wir noch schöne Plusplonte? Oh ja. Oh, die sind. Der Bomberstreak. Ah Mist. Und jetzt geht's damit weiter. Okay. Oh, die sind nicht schlecht. Ja, wir haben einen Pyrrha. Da haben wir einen Pyrrha. Noch die Äpfel? Da haben wir eigentlich einen. Oh, Shane! Dann machen wir die Äpfel. Letzte Zug. Gut gemacht. Jetzt, jetzt, jetzt. Das mit dem Teil nervt aber ganz schön immer. Oh, was passiert jetzt? Erreiche drei Sterne und zonne alle Tiere. Spielen. Das mit dem Teil. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, was passiert jetzt? Das ist schön. Oh, was passiert jetzt? Oh, was passiert dann? Tja... Trifft Züge noch? Ich weiß nur, eine Pluske an. Plus Stern. Plus Stern. Okay, was haben wir vor? Die Äpfel brauchen wir gar nicht. Karotte im Brom auch nicht. Die Erdbeeren, Sterne und diese Zwiebeln. Die weinen ja auch. Sind bestimmt Zwiebeln. Aber ich weiß nicht wen ich nehme. Ich muss den nehmen. Nur eine Zwiebeln. Nur eine Zwiebeln. Ich hab dann auch nicht. Ein Zug. Hö, hö, hö. Lol. Äh, was hat Zwiebeln? Oh, was hat Zwiebeln? Ein Huhn. Okay, okay. Ich lese mir das jetzt so nicht durch. Spielen wir mal. So. Jetzt. Jetzt. Sie. Der Hebeln. Und. Erdbeeren. Und... Ich bin da... Oh! Schön! Oh, die Zwiebeln! Wie komme ich an die Zwiebeln? Oh, oh, oh! Und jetzt ist es noch ein Witzspiel. Wie viel brauche ich? Hm. Ah, hier. Fertig. Zuge, Heldemodus. Yeah. Okay, okay. Oh. Okay. So, jetzt brauche ich noch mega Punkte. Hier die Zwiebeln, das sind doch viele Punkte. Ich muss sagen, vom Vierer? Nee. Wann das 3 Sterne sind? Ja. Perfekt. Perfekt. So, das wird jetzt die letzte Runde sein. Ich denke mal. Ihr habt gesehen. Wie das Spiel geht. Jetzt brauchen wir Zwiebeln und Erdbeeren. Oh. 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 Erdbeeren. So. So. Oh. Oh. Viele Erdbeeren. 2. So. hier der letzte Zug das wird ja hier sein ne? ich dachte da passiert noch was ihr habt jetzt die Farm Heroes Saga gesehen ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn nicht dann nicht und schreibt es in den Kommentaren wenn ihr ein anderes Spiel sehen wollt bei einem Facebook Spielen ansonsten schlag mir ein Facebook Spiel vor ladet mich irgendwie ein und dann werde ich das spielen also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß tschu tschu